Hey und Willkommen zu einer weiteren Runde Shellshock Live zusammen mit Wintercracker, Maudado und Zombie. Bewertet den Part und viel Spaß! So, beruhigt haben wir uns doch nicht. Seit der letzten Runde, die wollten gerade schon wieder Streit anfangen. Aber jetzt ist alles erstmal okay. Ne, Leute? Ja? Ne. Ich bin dran! Nein! Hey warte, hältst du in den Teams und du hast Single schon? Nein, nein, Single, Single. Alle Single. Du bist in deinem Team. Wir sind im Team, Manu. Hä? Oh! Na, man sagt mir, ja! Nein, nein, ist alles gut! Boah, ja, ruhig dich doch. Was mache ich denn jetzt, Maudado? Ja, schieß einfach und hör dir. Gerade nach oben, gerade nach oben. Ja, über dir an die Kugel und da ist irgendwie was mit. Äh! Hui! Ey, na, ey! Loll! Wird das etwa treffen? Loll! Nein, nicht mich! Ey, ja, nein, ey, ey, ey! Ja! Hä? Es scheißt drauf! Ja, ja, komm! Nein! Nicht zu mir! Nicht zu mir! Manu! Ja! Was? Das ist so geil! Irgendwie sobald so ein Teil achtmal bounce oder zehnmal bounce, dann ignoriertest du einfach ab dahin alles. Ja. Ist auch langweilig. Ist auch langweilig. Boah, cooler Boy, ist so viel Rüstung. Ohoho! Der Grecker ist mit die Hölle. Oh nein! Ui! Welcher ist gebounced und welcher nicht? Ja klar! Null! Drei! Ja, weil das eins war, was nicht gebaut ist. Ah! Hä? Kann ich einen anderen Teammate haben? Hä? Hä? Hä, Moda? Jetzt wird dir gedroht. Moment mal, Moment mal! Der meinte doch gerade Teamrunden und jetzt ist Single, ne? Das heißt, ihr seid bei dem Team, aber wir haben... Okay, jetzt verstehe ich das Problem. Ja. Kannst du mir erzählen, warum du dich jetzt wirklich in mich reingestellt hast? Nein! Was? 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 Was zur Hölle? Er schütte... Ich bin jetzt in ihm drin! Ja, Manu, du hast mich gerade beleidigt! Du musst nur um die Decke ballern und hast gewonnen! Ja, gerade... Gerade gegen die Decke! Hast du halt echt? Ein bisschen weiter nach rechts fahren, vielleicht? Nie mehr team ich mit dir! Nie mehr! Meinst du, es klappt so, wenn ich so gegen die Decke balle? Ja, ne? Wenn ich so gegen die letzte Ecke schieße? Könnte ganz knapp klappen. Ne, das bounced dann zurück am Kreis, glaub dem nicht! Warte, was? Warum? Hä? Jetzt geht's auf keinen Fall mehr! Oh man, ich dachte, ich kann weiterfahren, aber... Nice! Er hat alles zerstört! Immer auf den Tag! Hä? Schieß doch! Loll! Ich hätte nur gegen die Kante ballern können, das hätte nichts gemacht! Ja! Hä, ist die Zeit ausgelaufen? Ja, genau! Als ob ihr mir nicht mal Tic-Tac-Tic-Tac-Tic-Tac gemacht! Ne, bei mir auch! Willst du denn Tic-Tac kamen, oder was? Du bouncst rechts gegen die Wand, dann geht's oben links... Ja, genau! Okay! Mit dem Ringer, oder mit was? Ist dem Ringer okay? Ja, Ringer ist ein bisschen streut ein bisschen, weißt du? Da kannst du rechts nehmen oder links. Nimm den Ringer! Oh! Nice! Wie knapp! Also, ich hab das Gefühl, die Teile sind nicht auf unserer Seite! Wenn ich jetzt mit einem Zawblade dagegen schieße... Das geht! Dreht es sich dann um und geht auf Winterpacker? Es kommt auf die Flugrichtung an! Also... Sicher? Ja, 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 hab ich mal getestet! Mach nicht! Okay... Oh! Ja, komm zurück! Bitte! Hä? Hä? Äh... Wenn du da eine Granate reinwirfst, dann ist er tot! Aha! Ne! Hab ich nicht irgendwas cooles? Warte! Da ist drin! Hä, warum kommt das zurück? War das ein Attentat? Ich... 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 Ich weiß nicht, warum es zurück kam! Ja! Ja! Die sind merkwürdig! Ja! Die sind echt merkwürdig! Ich hab gedacht, also von der Flugbahn hätte es sogar auch für Wintercracker gepasst! Tatsächlich! Meinst du? Ja! Ja! Wenn es so weitergegangen wäre, in die Gegend... Andere Richtung! Oder wenn ich... Die Sache ist, ich hab auch noch... Das Portal, hä? Oh nein! Glück gehabt! Ey, ey, ey! Und? Fünf Arma! Danke! Okay, na, was machen denn jetzt, hä? Die ist gegen die rechte Wand, damit es gegen die linke Wand prallt und dann wieder zu Wintercracker fliegt! Okay! Das könnte echt klappen, glaub ich! Oder? Dann schieß doch einfach nur gegen die linke und zurück zu Wintercracker! Mh, ne, ne, das ist nicht dumm! Ich hab doch jetzt vorhin gesagt, wo er noch drunter stand unter dem Mittwoch! Ja, soll ich den gegen die Wand jetzt machen? Einfach, genau! Auf die, die du grad zielst, einfach ein bisschen stärker, dass es weitergeht! Auf Daddelmaschine! Okay! Auch nicht zu stark! Also, August! Volle Power! Volle Power! Los, schieß! Ja! Volle Power! Oh, oh! Das ist schwer jetzt! Also, da würde ich aufpassen, Zombie! Ja, du könntest Wintergrayer treffen! Ich wär vorsichtig! Ah, nee, nee, nee! Sniper-Schuss, bitte! One-Shot! Äh, hab ich? Bestimmt! Und dann Crit! Ich schieß meine Sniper! Ja? Wo wirst du? Ja, ja! Was für eine Stärke brauche ich? Das ist echt so ein Mini-Stück! 11! Ja, ja, 60! Ja, ja, 60! Oh! Hä? Was? Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, ey! Hä? Du hast doch getroffen! Das, ne! Die machen erst short, wenn sie in den Himmel gehen! Das, ne! Die holen sich die Sonnenergie ab! Aber ohne Sonne kein Damage! Ich spreng einfach gleich den Boden erst, bevor ich weg, dass ich mich mal langsam bewegen kann! Besonders... Oh! Oh! Ja, bei mir crittest du! Oh, nochmal, nochmal, nochmal! Ey, du hast mir schon 30 Schaden gemacht! Geil! Du hast irgendwie dreimal oder so gekrittet! Oh! Ich hab Minus 6 Schaden gemacht! Du hast Minus 30 Schaden gemacht! Lies was geiles auf ihn! Wie und? Ja, das ist einfach! Geiles! Ähm... Ich würde... einen One-Shot machen! Ja! Oder einfach... Warte mal 25 Sekunden, dann sage ich dir was, ja? Oh, okay! Ein Trick! Soll ich Firework machen, oder meinst du, ich töte nicht selber damit? Würde ich dir nicht empfehlen an der Stelle! Weil das würde dir auch wehtun! Einfach für den Fun! Ne, warte, ich mach! Alter! Ey! Aber da kannst du auch treten! Mhm! Ja! Gut! Hätten wir das auch... Ich wär vorne stehen geblieben! Nee! Lachst du mich grad aus? Nee, ich lach grad, weil du jetzt dich selbst umbringen wirst! Oh! Äh! Er war auch wirklich nur sich selber! Nein! Was war das? Jetzt bekommt er noch meine Items! Ja, danke, Manu! Ja, wie immer! Gerne! Wie viel Schaden hab ich gemacht? Na, der wäre jetzt ein super! Minus 55! Ja! 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 Ja, ich hab immer so komische Kreise und ich komm nicht weiter wegen dieser einen kleinen Minispitze da vor mir! Ich bin der Einzige, der keinen Negativschaden gemacht hat! Ja, vielleicht kommt einem dein Lead! Sommel, kannst du noch ein bisschen Damage an Wintercracker machen, bitte? Ja, ich probier's! Darf ich so? Oh! Oh! Du musstest so schwach dagegen schießen, dass es halt in diesem 90 Grad... 2, 1... Oh! Nein! Oh! Oh! Beide getroffen! Ja, pass auf, Zahmel, schieß doch durchs Portal, dann gegen den Kreis, dann wieder ins Portal zurück und dann... Dann triffst du dich! Wie soll's denn umdrehen? Keine Ahnung, triffst dich selber! Er schießt ins obere Portal, dann geht's an... Oh, okay! Ist das ein Stein? Hast du grad ein... Wie groß war denn der Stein? Oh! Hol die Zahnräder, Maudato! Mach ein Feuerwerk! Oh! Hey! Oh nein! Hui! Er ist tot, bitte! Ja! Crit! Crit! Oh! Oh! BTF! War ja nicht genau getroffen, das macht nur viel Schaden, wenn's ganz genau tritt! Können wir Maudato bannen für diese Gottwaffe? Ja, ja! Warum? Ja, weißt du nur, weil du einen Entwickler mit 10 Euro bestochen hast, dass du mal gewinnen darfst? Ich hab keinen Entwickler bestochen! Ich hab mir das erstpielt, Leute! Der hat die Zeit aber auch immer so raus! Nein! Ja, der war knapp! Hast du mit Vollgas dagegen geschossen? Ja, irgendwie schon, ne? Mit 70 hab ich gegengeballert! Teil ich dir mal wieder! Aber du tötest mich! Ja, er muss auch noch 25 Schaden machen, damit er so viel hat wie ich! Also Minus! Oh! Schaffste? Ja! Ja, guck, so geht das! Es kommt zurück! Ah, das war ja... Hä, warte mal! Ach, schade! Wäre deswegen gewesen, hätte es echt nur nach rechts gekonnt! Achso, das ist ja der einfachste Schuss! Ja, finde ich auch! Finde ich auch! Und was schieß ich? Wenn er das nicht schafft... Achso, Maudato, das wäre schon echt peinlich! Ja, ich bin ja an Blamagen gewöhnt! Oh komm, ich schieß einfach! Zack! Oh, 9 Damage! Suwerin würde ich sagen! Wintercracker, los! Oh ja! Eine Granate da rein! Zack! 50 Damage! Kannst du dich opfern! Sogar mit zweifach Schaden! Nein! Aber der schießt eh zu stark! Nee, der schafft das! Nee, Wintercracker schafft das! Darf ich das, Maudato? Jaaa! Du kannst ja wirklich sogar richtig steil hochschießen, dieses Mal, wenn du willst! Nee! Hm... Ich finde jetzt eine Granate, das ist echt krass! Ich weiß nicht, ob ich... Nee, ich hab keine Granate! Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt noch... Du musst den Kreis berühren halt, ne? Ja, ja! 3... Oh fuck! Du triffst dich selber! Oh lol! Nein, nein, nein! Ja, ja, shit! Ja! Alter! What the fuck! Nein! Ich bin Cheater! Nice, Hex! Oh! Weil die Map ebenso toll war, spielen wir die scheinbar nochmal! Hups! Manu hat's halt nicht mit dem Einstellen! Nee! Warum haben wir eine Batterie über uns? Ja! Weil wir im Batteriemodus sind! Ja, wir sparen! Ja, genau! Weil das... Weil Fahren vorbei ist! Ja, die Fahrzeit ist schon over! Oh! Okay! Kennste? Also wenn die over ist, kann ich nicht mehr fahren! Also wer zuerst 100% hat, gewinnt! Genau! Wenn man Schaden bekommt, verliert man Batterie! Wenn man Schaden macht, kriegt man Batterie! Alle schießen gleichzeitig! Oh Gott! Ah! Leute! Warum hast ihr nicht? Oh ja! 70 Schaden! Ich hab 100! Ich hab 100! Ich hab gewonnen! Wie viel Schaden hast du gemacht? Alter! Das geht doch gar nicht! Wuuu! Wuuu! 400 gestellt! Super eingestellt! Super eingestellt, man! Super eingestellt! Ah, halt doch dein Mull! Seid ihr bereit? Ne! Ich schon! Oh, ich hab Fahren verpasst! Ich nicht! Ich fahr gerne! Auch Auto so, ne? Oh ja! Autofahren! Hey! Ui! Und! Ja! Kritt! Wuuu! Alter, guck mal! Kaum bisschen mehr eingestellt! Du kannst halt alles wieder tippitoppo! Tippitoppo! Klapperklapperklapper! Abstand! Du gehst weg! Alter, wie weit kannst du denn fahren, Junge? Jo, krass, ne? Jo. Krasser Sticher! So, komm! Slipperschuss! Was machst du jetzt? Zombie! Was soll das von mir? Hä? Nein! Nein! Oh! Das ist ja in mir! Dishko! Aber es trifft dich, oder? Ja! Oh! Alter, du bist ja auch noch da! Hey! Ja! Pass auf! Mini-Paw! Pow! 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 Hast du gerade? Wer war das? Wintercracker. Das ist so, dass das alles zum Wintercracker hinfliegt. Das ist einfach so ein mieses Stück, ne? SYNCLITZ! Wilde! Nur 50? Ja, wer später trifft, kriegt immer mehr. Das ist voll gut. Nein, mich auch noch. Wir müssen auf Wintercracker. Oh Gott, wir müssen alle auf Wintercracker. Komm, wir formieren uns, Leute. Tötet ihn. Guckt euch Maudado an. Ja, guckt mich an, Wintercracker, was mit mir passiert ist. Carpetbomb. Ja, finde ich den. Ey! Keine Ahnung, aber viel Spaß. Nein! 14 Schaden nur. Wintercracker hat 89%. Ja, weil du nicht auf mich gegangen bist, Zombie. Ich bin auf dich gegangen. Weil du auf mich gegangen bist. Nein! Trifft das noch? Nein! Nein! Was tue ich denn? Ich habe auch solche Scheiße-Items. Piñata! Das ist ein Break-Manier. Boah, Alter, was passiert denn jetzt? Hä? Ach, komm. Aber noch 24 Schaden. Maudado! Das ist stark, das ist stark. Warum hast ihr da? Nein! Was zur Hölle? Was ist? Er war ja im Boden. Er war in der Hölle. Warum hasst ihr mich? Ihr fragt mich gerade auch. Was habt ihr denn gegen den? Abstand, Abstand, Hilfe. Maudado steht immer perfekt irgendwie. Ja! Warum stehe ich perfekt? Ja, du bist gerade wieder genau am Rand von meinem Scheiß. Er will's. Ich glaube, ich habe jetzt verloren. Nein! Oh nein, das ist so stark, was er da geworfen hat. Oh Gott, du hast gewonnen, du hast gewonnen. Das ist so stark. Das ist einer der stärksten Waffen im Spiel. 130 Schaden. Zertelein! Zack! Oh! 125 Schaden! Manu! Zip, zip! Zip, zip! Auf Manuel! Nein! Attacke! Nicht auf mich, bitte! Ich bin doch der Manuel! Und falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin der Typ, den man den Meister der Streiche nennt! Ja! Ja! Es hat sich gelohnt! Es hat sich so gelohnt! Ich bin einfach verschwunden! Ich habe nur da aufgebaut! Und Maudado hat dich in der Zeit überholt? Scheinbar! Ja, dann Maudado! Viel Spaß beim sterben, ne? Winterkalker verpiss dich mal von mir! Warum denn? Du wärst ja seit 10 Runden hinterher, kaum bin ich wieder bei dir! Anhänger! Ja, der ist einfach ein Fanboy! Hast du mich da gerade... Es ist so krass, ne? Du hättest nichts verloren, oder? Nee! Aber Maudado! Ich geh jetzt wirklich auf Maudado! Ja, wir müssen doch auf Maudado gehen! Ja! Äh... Ja, toll! Aber was drüber? Was hat der denn da alles? Ja, Leute! Oh nein! Ich hab kurz mal wieder deinen Entwickler angerufen! Ach so! Schon wieder! Ja, nice! Was ist denn, wenn ich einen Tunnel da durch... Meint ihr, ein Tunnel geht, wenn ich den auf den draufbüller? Hm... Weiß nicht, könnte vorher explodieren! Ja, ja! Aber könnt, ne? Könnt, ne? Ich mach mal! Los, Zipper! Mist! Mein Zipper ist perfekt durchgeflogen! Ach! Ei! Maudado hat's, oder? Nö! Ne! Okay, ich mal zweifach Schaden auf Maudado! Lasst mir das! Äh... Megapixel! So, Leute! Da bin ich gespannt! Ich auch! Ja! 80 Schaden! Und der coole Boy geht natürlich auf mich! Nein! Hey! Das ist erregend! Alles, wer fehlt! Nein! Nein! Ich hab ihn! Was? 30, 10, 50? Hat der gerade 50 Punkte bekommen? Ja! Leute! Ich hatte doch gerade eben schon 80! Hä, aber was heißt das dann? Kinobat! Guck mal! Ah! Okay! Und insgesamt sind 600! Okay! Okay! Scheiße! Oh! Oh! Warte mal! Wenn ich da reinballer? Ich hab nichts mehr! Ich mach den jetzt, ja! Na Wintercracker, wie geht's so? Na! Bendis, Manuel! Nein! Das ist ja voll falsch! Oh! Die Schale! Aua! Nein! Nein! Oh! Alles trifft mich noch! Modano hat's aber noch nicht! Gibt's irgendwelche Waffen, die mehr Strom abziehen? Wir treffen ihn die ganze Zeit, aber er verliert einfach gar nichts! Nee, macht einfach keinen Schaden! Ich mach halt auch Schaden! Ja eben! Für drei Leute? Ja! Ja! Jetzt hat halt ne W! Noten! Was passiert damit jetzt? Oh Gott! Hey! Einmal geplittet! Oh! Sorry! Jetzt hab ich 1% verloren! Ah ja! Nice! Das ist ja schön! Gerade hattest du so 88%! Achso! Hä? Ich hab gerade eben gedacht ich hätte 87%! Stimmt! Oh guck mal! Er lübt sogar noch! Wow! Ich wollte dich nur... Ich wollte dich beruhigen! Wo sind die neuen Waffen? Bin überhaupt nicht mehr ruhig! Gleich erst! Wie? Aber jetzt hab ich ne richtig krasse Waffe! Palmen mit der Kecke! Ja! Palmen mit der Kecke! Bouncy Ball! Oh Gott! Bei der Macht des Mondes! Oh ne! Ach komm! Guck jetzt hab ich 2% verloren! Hey! Hey! Ja ja ja! Was bekomm ich? Irgendeinen tollen Spitzenschatz? Okay! Oh nein! Er hat... Ich glaub er hat ein... Dingens ein... Feuerwerk! Und das wird richtig reinhauen! Der Manuel hier auch schon einer! Ja! Oh ja! Ich hab reingetroffen! Ja! Schattenell! 94 Damage! Leute! Nein! Ja! Die Frösche haben's geregelt! Ach! 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 Dann bewerte den Part! Schaut in die Videobeschreibung! Da sind alle verlinkt! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Bis dann! Bis dann! Hkl! попelt